Turbine Potsdam. Turbine Potsdam spielt gegen Niederlebe. Siebte Minute. 0-0. Erste Minute. Ich korrigiere, es ist die erste Minute. Wir haben da gerade erst angefangen, ja. Wir sind hier schon dreimal vorbeigeschauen. Jawoll! Schön, wenn natürlich ein Siegen ist. Und jetzt Rennen! Turbine Potsdam schießt das Tor! Es ist da wieder. So, für Potsdam. Neuer Spielball. Potsdam! Eins! Nina Lehmann! 0! Ihr kriegt hier keinen Reiz! So, ich schütze mit der Nummer 9. Tina! Rangelung! Tina! Rangelung! Tina! Rangelung! Danke! Danke! Tina erzielt das 1-0 gegen Nina Lehmann. Wollt nochmal! Rangelung! 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 Und Tina schießt das 2-0. Somit füllen wir 2 zu 0 gegen Niederlema. Gott Steffi, Hammer! Sieht sehr gut aus. Ach ne, ist er ja nicht. Steffi, Steffi, oder? Ja, oder Kam? Nee, Josi. Das könnte er, oder? Sehr schön. Den wollte er an. Tolle weiter. Da ist er. Sind die kämpfst du nicht nach vorne? Ah ja. Das kann man drauf sein. Das gelingt dir leider nicht. Deswegen dachte ihr, unser Schreibtischen hat das nicht. Oh, 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 oh. Wir machen die noch mal. 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 Wir machen die noch mal.